Hi und herzlich Willkommen zu einer kurzen Bauchhelf-Sendung zum Thema Trigeminusnerv. Wie ihr sicher mitbekommen habt, ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, hatte ich die gesamte letzte Woche mit einer Gesichtsneuralgie, also einer Trigeminusneuralgie zu tun, die sich für die, die es kennen, sehr unangenehm ausdrückt. Hier drückt es wie Sau Lymphknotenschwellen an und dann zieht das bis hier unten runter und es ist die ganze Zeit, als würde die ganze Zeit einer mit einem Bügeleisen da drauf drücken. Nur unter der Haut, nicht auf der Haut. Also es kann auch auf der Haut zu Spannungen kommen, wenn es anfängt zu schwellen. Das hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe mit dem Thema schon des Öfteren zu tun gehabt in den letzten Jahren und habe das dann im Prinzip immer ausgesessen. Die Schulwissenschaft weiß auch nicht viel mehr damit anzufangen, als die Nerven zu veröden, was ich für mich, ist das keine Option. Die Nerven sind aus bestimmten Gründen da und die einfach zu veröden, wenn irgendetwas ist, wäre für mich wieder quasi das Birnchen aus der Warnlampe rauszudrehen, damit die nicht mehr leuchtet. Und wenn ich mit solchen Symptomen zu tun habe, dann weiß ich inzwischen, sowas hat auf jeden Fall immer psychische Ursachen, energetische Ursachen. Und die wollen angesehen und bearbeitet werden und am besten in einem bestimmten Punkt eine Änderung vorgenommen. Gestern hat mich zwischendurch der IG angerufen, weil ihm was dazu noch eingefallen ist und er sagte, wo hast du mit Gesichtsverlust zu tun? Da ist mir so im Moment auch jetzt noch nicht wirklich was zu eingefallen. Dann schickte mir die Melli aber auch noch drei Fotos aus einem Buch, wo dann ein Text nochmal drin stand, der auch darauf hinwies, dass das Ganze quasi mit einer, mit Gesichtsverlust zu tun hat. Und für mich hat es dann in dem Moment Klick gemacht, wo ich das mit quasi einem Ansehensverlust in Verbindung bringen konnte. Weil es tatsächlich in der letzten Zeit so war, dass ich mich darüber aufgeregt habe oder dass es mich genervt hat, dass Leute unendlich viele Klicks auf ihre Videos bekommen, die sich halt die ganze Zeit mit diesem Mainstream-Scheiße beschäftigen. Und die halt so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und mir ging es gar nicht mal darum, dass ich diese Aufmerksamkeit unter meinen Videos nicht bekomme, sondern weil in meinen Videos geht es nicht um mich, sondern es geht um bestimmte Themen, die ich allerdings für sehr wichtig halte, sprich dienlich in Bezug darauf, wesentlich und nachhaltig auch was verändern zu können. Und genau da war dann halt eben der Punkt. Das war meine wunde Stelle, die mich so genervt hat, dass es tatsächlich physische Auswirkungen hatte. Als ich dann dahinter gekommen bin, es fing schon damit an, dass ich fühlte, ich bin auf dem richtigen Weg, dass ich das dann halt eben mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung gebracht habe. Weil daraus ist das alles entstanden. Und so habe ich gestern mich entschlossen, keine Öffentlichkeitsarbeit mehr zu machen. Ich werde nichts weiter ändern, es hat sich lediglich in meinem Kopf was geändert. Aber das hier als Öffentlichkeitsarbeit zu sehen und sich dadurch dann, wenn man dann auch noch erzählt, dass wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht, Reichweite im Prinzip das Maß aller Dinge ist, sonst bräuchte man sie ja nicht zu tun, war es für mich dann halt eben tatsächlich ein Problem, dass ich keine Reichweite bekomme. Obwohl ich an anderen Stellen gesagt habe, dass mir das eigentlich egal ist. Das wiederum hat mir geholfen, das Problem zu lösen, sodass ich für mich gesagt habe, du musst aufhören, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Mach das nicht mehr für die Öffentlichkeit, mach es wirklich für dich, mach es für deine Freunde, mach es für die, die es interessiert. Dann wollte ich eigentlich gestern Abend, drängte es mich dazu, sofort wieder ein Video dazu zu machen, im Prinzip das, was ich jetzt gerade mache. Aber gestern Abend hätte ich das noch gar nicht machen können, was ich heute mache. Weil ich heute tatsächlich sagen kann, ich bin den ganzen Tag schmerzfrei gewesen und die Lymphknoten sind auch nicht mehr angeschwollen. Statt mich gestern hinzusetzen und im Prinzip im alten Trott wieder weiterzumachen, habe ich mich hingesetzt und habe Monkey Allendry gezockt. Ich bin mit Wind in den Segeln in die Karibik und habe mich hier gerade erstmal ausgeklingt. Dann habe ich mir vorm Schlafen gehen, damit ich schlafen kann und auch einfach mal nachts schlafen kann, weil es mir nicht viel bringt, wenn ich tätowieren möchte und tagsüber schlafen muss, weil ich nachts nicht schlafen kann, weil meine Kundschaft meist in der Regel doch eher dann auch tagaktiv ist. Und bin dann gegen zwölf schlafen gegangen und habe tatsächlich elf Stunden wie ein Baby durchgeschlafen und bin schmerzfrei aufgewacht. Es ist mir aufgefallen, nach einer Woche mit Schmerzen aufwachen oder durch die Schmerzen aufwachen. Und das immer wieder. Und so ist es tatsächlich dann. Dann habe ich das erstmal zur Kenntnis genommen und habe gesagt, okay, gucken wir mal weiter. Aber jetzt ist halt eben dieser Tag dann auch vorbei. Und ich kann sagen, ich bin den ganzen Tag schmerzfrei gewesen. Ich habe keine Tabletten mehr gebraucht. Ich brauchte keine Schmerzmittel. Und habe tatsächlich durch diese Änderung in meinem Kopf es geschafft, dass etwas, was ich normalerweise gewohnt war, dass es mich über Wochen und Monate beschäftigt, belästigt, stoppt, bremst, energetisch aussaugt, tatsächlich über Nacht lösen konnte, sodass tatsächlich sogar die Heilung über Nacht stattgefunden hat. Kann mir jetzt glauben, wer will. Ist mir scheißegal. Aber da war der Punkt. Es erfordert einen Haufen Ehrlichkeit mit sich selber. Und auch hier jetzt zuzugeben, dass ich dieses Problem hatte, ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich mich drauf gefreut habe. Aber ich wusste, es ist auf jeden Fall dienlich. Und weil ich auch einfach ehrlich in meiner Sendung bleiben möchte und nicht, wie man es mir zwar immer vorwirft, ich würde immer um den heißen Brei rumreden, halt eben die Dinge auf den Punkt bringen. Weil ich rede nämlich eigentlich nie um den heißen Brei rum, das lasse ich mir auch nicht einreden. Aber so ist jetzt für mich tatsächlich das Problem gelöst. Ich mache ab hier keine Öffentlichkeit mehr, Öffentlichkeitsarbeit mehr und bin dadurch nicht mehr abhängig. Und ich habe auch heute, ich habe nicht ein einziges Mal, ich habe keine Ahnung, was meine Videos, also gestern, die letzte Woche, habe ich mich halt dabei die ganze Zeit beobachten, wie ich regelrecht im Stundentakt die Counter von meinen Videos gecheckt habe. Es war regelrecht offensichtlich. Und heute war das nicht. Heute war nicht einmal der Drang da, der Bedarf war einfach nicht gegeben, mir die Klickzahlen von meinen Videos anzugucken. Ich wollte das an dieser Stelle einfach nur mal weitergeben, weil ich weiß, dass sehr viele Leute auch mit Trigominusprobleme haben, mit ihren Trigominusnerven. Und es hat mit Gesichtsverlust zu tun, im Sinne von Verlust von Ansehen und Anerkennung. Na ja, dann mache ich mich wieder abhängig von dem Außen. Wenn ihr mit dem Trigominus zu tun habt, stellt euch die Frage, wo habt ihr mit Angst davor zu tun, Anerkennung, Ansehen, Gesicht zu verlieren. Darum zirkelt es. Findet den Punkt und dann guckt, wie ihr den gelöst bekommt. Und einfach am besten sagt, okay, dann mache ich das nicht mehr. Das erfordert nicht, dass ihr irgendetwas anders macht, aber die innere Einstellung ist dann eine andere. Und das bringt hervor, dass ihr euch anders verhaltet. Und so kann ich dieses Video gerade auf eine völlig andere Art und Weise machen, als ich es hätte gestern Abend machen können. Tschüss mit F, macht's gut, habt euch lieb und bis bald.